Das ist eigentlich ein cooles Team. Der Damm ist geschützt. Die Wasserkraft ist ja im Netto. Das ist eigentlich super gegen Behemoth. Bei einem Energiefelder. Ja, eben. Rince, die Betonung liegt auf eigentlich. Lassen wir uns mal überraschen. Aber ich hatte recht. Pumelovs Würfel haben falsch gelegen. Einmal in 100 Jahren, okay. Was war ich, K-Rub? So, also ich darf heute scheinbar nur Monster spielen, wenn die anderen sich zu fein dafür sind. Schade auf jeden Fall. Weil wir eigentlich diese random Gedanken hier im Vordergrund haben wollten. Ich glaube, ich werde wieder die Fressgeschwindigkeit nehmen, weil die können meine Mobilität sehr einschränken. Durch die Energiefelder ist die halbe Map gesperrt. Ich werde die erhöhte Fressgeschwindigkeit nehmen. Mit dem Behemoth. Puh, sind wir mal gespannt. Kaira, Sunny, Maggie und Torwald. Da sind wir mal gespannt. Ich muss ja, ich kann eh rennen. Ich kann eh rennen, weil Steffi ist Maggie. Ich sollte zuerst wahrscheinlich auf Blackhawk gehen, weil Kaira ist einfach Kaira. Sunny mit dem Schild ist halt auch nicht zu verachten. Wo ist denn die Map jetzt geschlossen? Wo sind die Energiefelder? Scheiße, genau da, wo ich gerade hinrolle. Nein! Die Asi! Da ist irgendwo ein Buff in der Nähe. Fuck it! Das ist doch scheiße. Ja, konnte nichts machen. Ich konnte nichts machen. Es tut mir so leid, Leute. Ich wusste nicht, wo die Dinger sind. Oh Mann, sorry. Das ist doch scheiße. Komm her, Safeo. Zweiter Strike. Zweiter Strike. So, ich muss hier weg. Scheiße, Mann. Das lief wesentlich besser als erwartet. Und das auf Stufe 1, Freunde. Mit mega wenig Rüstung und allem. Oh! Just in time bin ich da abgehauen. Der Grenz rastet aus, Leute. Scheiß, die Wand. Ich könnte evolven. Ich könnte evolven. kämpfen. Also hier wäre eine geile Position, weil da kann ich immer durch die Gegend rollen. Hey Daisy. Hey, hilf. Komm her, Hexe. Komm her. Komm her, Hexe. Komm her, Hexe. Hier triffst du mich so nicht safe, okay er will so schießen. Damit macht er nicht so viel Schaden. Und ich rolle dann hier mal weg, ne. Kein Schaden genommen, kein guter Dome von denen. Well played, Grants, well played. Evolven, evolven, evolven. Ah, ich weiß nicht, wie weit sie weg waren. Ähm, Steinwall, Riss, Loverbombe. Sind die Daisy nicht gefolgt? Nö, scheinbar nicht. Dann hauen wir ab, Leute. So, nice. Boah, Rüstung wieder voll. Boah, hier liegen gut Viecher. Rüstung ist seevoll, also wir könnten kämpfen. Boah, weg hier. Okay, weg erstmal. Okay, safe ward, glaube ich, gerade kein Schild mehr, ne. Hat der doch eben schon an, oder? Komm. Black Hawk down. Okay. Du entkommst mir nicht, Echse. Hey, Steffi. Ich glaub wir haben gewonnen, oder? Ich sag nur fürs nächste Mal. Schweingarten. Was war das am Anfang? Was war das am Anfang? Ich bin am Anfang halt in eine Richtung gerollt und da war auf einmal die Mauer. Und dann musste ich umdrehen und ich wusste halt nicht, wo ich hin soll, weil ich wusste, dass ihr mich auf jeden Fall bekommt. Und dann bin ich halt an der Wand gegangen, weil ich dachte, vielleicht kann ich da wenigstens mit dem Steinwall euch abhalten oder so. Okay. Ja, Steffi, es bringt sich schon was, wenn man es schafft abzuhauen. Ja, ist ja okay, aber war halt zu spät. Ja, ich weiß, aber ich meine... Warum, was war? Ja, weil ich nicht wusste, was ich machen soll. Wenn es verloren ist, der Kampf, dann am besten alle versuchen abzuhauen. Ah, okay. Damit wir halt respawnen können, wenn sie es ausgeht. Wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Wichtig.